Musik 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 Ja guten Morgen Freunde! Heute am Start im Zicken Simulator! Oder auch Road Simulator! Wie auch immer man das sagen will! Es ist super! Ach du Scheiße ich freue mich jetzt schon so drauf! Ich habe mir das gestern geholt Weil ich war gestern in der City Und Deswegen habe ich auch gestern ein Video hochgeladen Und deswegen habe ich auch gestern ein Video hochgeladen Hm So Und das Wo bin ich? Ok Na hallo Jo So Gehen wir mal da nach Furni Das ist nicht der Ernst Alter Ja 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 Look, there's a ghost. What's a ghost? What did I say? She's a ghost. Okay. Es ist einfach weg. Ich lauf schon wieder auf Wände. Gehen wir mal hier rauf. Da kann man in so ne Luftkantin. Das ist voll Lust. Wie er einfach die Zunge herumschlabbert. Nein, jetzt bin ich wieder draußen. Kacke. Autsch. Yeah. Yeah. So macht man das. Nein, ich muss da rein. Ich bin ein Schaf. Ich bin ein Schaf. Ich bin ein Schaf. Okay. Ich kann mich irgendwie nicht in einer Auto anhängen. Das geht. Das weiß ich. Glückwärtsgang. Sprinten. Das ist ein Schaf. Ich bin ein Schaf. Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Ja. Ich bin so awesome. Ich geh mal halt ohne den Lauf. Alter. Ja, ja, jetzt. Ich geh natürlich auf den allerhöchsten Traum. Ja. Und. Bäm. Alter. Oh, ich schmei. Kopf. Ja. Alter. Äh, äh, ja. So. Jetzt geh ich zurück. Die Zwiegen rauf. Rauf, 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 rauf. Die Zwiege war gerade echt schnell. Falsche nehmen Trist Alter, ist ja geil Ziege, das ist ein normales Verhalten von einer Ziege Ja Genau das Falsche Nein, nicht gut Nein, nicht gut Ich bitte, ja Nein, nicht, Schiff Ah, doch mal hier Spreng Wow So Und Spreng Ja Das ist einseitig eine normale Ziege Nicht den manipuliert oder so Ne Den manipuliert mit nem Gummiball So Jetzt zählt er mal wie Eine Ziege Eine Leiter hochklettert Und zwar genau so Ja Manche sagen Das Spiel ist ein einziger Back Ich sag Das Spiel ist einfach nur geil Weil Ich hab Wie ich's erstmal gesehen hab Beziehungsweise gespielt hab Ich hab mich Ich hab mich einfach mal so Übelst Einfach Übelst krassen Lachflash Weil Weil Das Spiel einfach so Behindert ist Also Ach Das ist schon geil Aber Seht euch das mal an Ich bin der Ziege Und ich kann dann da alles Ja Der Kopf Da ist der Jetpack Wenn wir mal nicht sitzen Wenn wir mal nicht sitzen Derp 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 Jetzt nehm ich mir den Jetpack Den benutze ich aber jetzt nicht weil da ist etwas gestört Derp Komm ich da noch irgendwo wo weiter hoch Oder Eher nicht Anscheinend nicht Derp 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 Ja Eine Ziege überlebt Das ist natürlich auch Die Ziege sind sehr hart im Nehmen Eul eul ich bin auf dem Tunnel Warte jetzt bis man aufkommt Gut 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 Okay die sind jetzt nicht schnell Ja Warte jetzt bis man aufkommt Ich klammle mich jetzt an eine Entlastung Mit meiner Zunge Mit meiner Zunge Das können normale Ziegen auch Und Die haben Die Warte Hände warte Die Warte Die Die Lieght Die Die Sie 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 Jetzt wollen wir das grüne Fahrrad. Oder nehm. Oh. Hey, dude. Ah. Der ist verraten. Ah. 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 Aber wir werden nicht sehen, dass alles an der Kürtlern ansteht. Das ist mein Zimmer. Ja. Ähm. Was zum... Isak. Wie geil. Hey, was... Hier, what the fuck? Ich will da nochmal rein. Das ist jetzt irgendwie dezent creepy. Mit dezent meine Schau... Ach du heilige Scheiße. Nein, jetzt bin ich wieder umsgefallen. Hey, ne weiße Tiger. Oh, ich habe irgend so einen Ziegenkopf auf. Ja, ich gehe da zum anderen rein. Ja, würde ich da einfach immer wieder reingepotet werden. Ich bin jetzt der Ziegengott. Und mit der Sensation sage ich jetzt mal Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.